Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute erwartet euch ein kurzer und energetisierender Yoga-Flow, der ganz wunderbar wach macht und euer Herz öffnet und sich daher ideal als kleine Yoga-Morgen-Routine eignet. 15 Minuten bekommt man eigentlich immer irgendwo gut unter und glaubt mir, am Ende des Tages macht es sogar einen ziemlich großen Unterschied. Ja, und dann würde ich auch schon sagen, auf die Mathe und los geht's. Ganz viel Spaß beim Sunshine Morning Flow. Wir beginnen im Schneidersitz. Leg deine Hände entspannt auf deine Knie oder Oberschenkel. Richte deine Wirbelsäule auf, entspann deine Schultern, schließ die Augen und schenke dir hier zwei, drei tiefe Atemzüge, um anzukommen. Und auch wenn du gerade drinnen bist, stell dir dabei vor, wie sonnenstrahlend sanft dein Gesicht kitzeln, wie die Wärme der Sonne dich auflädt, mit Lebenskraft, Zuversicht und neuer Energie. Atme hier ganz tief ein und wieder aus und dann öffne die Augen und lass uns loslegen. Atme ein, heb die Arme kraftvoll über beide Seiten nach oben, atme aus, dreh dich auf zur rechten Seite. Einatmen, komm zurück zur Mitte, Arme heben. Ausatmen, dreh dich auf nach links. Einatmen, Mitte, Arme nochmal heben. Ausatmen, verschränk die Hände hinter deinem unteren Rücken, zieh die Faust nach hinten, heb dein Herz und heb den Blick. Entweder bleibe hier und atme in die Weite von Brust- und Herzraum. Oder wenn du mehr willst, löse die Verschränkung, stell die Fingerkuppen auf und schiebe dein Becken nach vorne und oben. Heb dein Gesäß hier so richtig von der Matte an. Genau. Dann bring dein Gesäß wieder zurück zum Boden, löse das Ganze wieder auf und von hier aus streck einmal dein rechtes Bein zur rechten Seite, stell die linke Hand neben dir auf und dann kreis den rechten Arm über vorne rüber zur linken Seite, während du dein Becken nach oben schiebst. Schieb die rechte Fußaußenkante in den Boden, kreiere Länge in deiner rechten Flanke für unser Mini Wild Thing. Dann komm zurück zur Mitte, wechsel die Seiten, streck dein linkes Bein aus, winkel dein rechtes Bein an. Stell die rechte Hand neben dir auf und dann kreis den linken Arm über vorne rüber zur rechten Seite, während du dein Becken nach oben schiebst. Erde die linke Fußaußenkante und kreiere hier Länge in deiner linken Flanke. Wunderbar. Dann löse auch hier langsam wieder auf, komm zurück zur Mitte, kreuz die Beine und finde in den Vierfüßlerstand. Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften, Füße aufgestellt. Mit deiner nächsten Einatmung komm ins geführte Hohlkreuz, heb dein Herz. Ausatmen, Katzenbuckel, mach den Rücken so rund wie du kannst, Nabel einsaugen. Einatmen, Hohlkreuz, Herz heben, nimm die Schultern zurück. Ausatmen, nochmal Katzenbuckel, schieb den Boden unter dir weg. Letztes Mal, einatmen, Hohlkreuz. Und Achtung, mit der Ausatmung schieb dich von hier aus in deinen ersten herabschauenden Hund. Mach den Schritt gegebenenfalls etwas größer, lass die Beine gerne leicht gebeugt und richte dich hier kurz ein. Schieb die Fersen abwechselnd Richtung Boden, bewege den Kopf, mach intuitiv das, was sich jetzt gut und richtig anfühlt und nimm mal wahr, wie sich dein Körper heute Morgen hier in dieser Position anfühlt. Wunderbar. Mit deiner nächsten Einatmung roll wie eine Welle nach vorne in die schiefe Ebene Yoga Liegestütz. Ausatmung, leg über die Knie an den Boden ab. Einatmen, roll die Schultern zurück, Oberkörper heben, kleine Kobra. Und aus, direkt zurück in den herabschauenden Hund. Atme ein hier. Und mit der Ausatmung komm an den Anfang deiner Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge, mach den Rücken lang. Ausatmung, ganze Vorbeuge, Oberkörper schwer hängen lassen. Ein, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Und aus, bring die Hände vors Herz. Berghaltung, Tadasana. In einem Sunshine Morning Flow darf der Sonnengruß natürlich nicht fehlen. Daher kommt jetzt meine liebste Interpretation von Soya Namaskar A, dem Sonnengruß A. Dafür verhakt die Daumen ineinander. Atme ein, heb die Arme nach oben, lehn dich leicht zurück, mach den Po fest. Atme aus, komm in die ganze Vorbeuge, schwing die Arme mit, verschränk die Hände hinter deinem Rücken, zieh die Faust nach vorn. Einatmen, beug die Beine, heb die Arme für den Stuhl. Ausatmen, tauch ab, ganze Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge, mach den Rücken lang. Aus, tritt zurück, schiefe Ebene Liegestütz. Einatmen, hier halten. Aus, leg über die Knie oder ganz an den Boden ab. Einatmen, kleine Cobra-Oberkörper heben. Und aus, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, hier. Aus, mach zwei große Schritte an den Anfang deiner Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, nochmal ganz. Ein, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Und aus, Hände vors Herz. Sehr schön. Weiter geht's. Verhakt nochmal die Daumen ineinander. Dann atme ein, heb die Arme, lehn dich leicht zurück, Gesäß aktiv. Atme aus, komm in die ganze Vorbeuge, schwing die Arme mit, verschränk die Hände hinter deinem Rücken, zieh die Faust nach vorn. Ein, beug die Beine, heb die Arme für den Stuhl. Aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken. Aus, tritt zurück, schiefe Ebene. Einatmen, hier. Aus, halb oder ganz ablegen. Ein, Kobra oder aufschauender Hund. Aus, herabschauender Hund. Wir bleiben im Fluss. Nächste Einatmung. Heb dein rechtes Bein lang nach hinten und oben raus, Hüfte öffnen. Aus, mach mit rechts einen großen Schritt nach vorn, außen von der rechten Hand. Erde dein linkes Knie und deinen linken Fußrücken. Dann heb den rechten Arm senkrecht nach oben und dreh dich auf zur rechten Seite, gedrehter tiefer Ausfallschritt Parivrita Anjaneyasana. Entweder bleibe hier oder wenn du mehr willst, beug dein linkes Bein an und greife mit deiner rechten Hand von außen deinen linken Fuß. Schieb den Fuß in die Hand und dreh dich noch ein kleines Stückchen mehr auf. Sehr gut. Wenn du in der Variante bist, löst den Fuß. Heb den Arm nochmal nach oben, atme ein hier. Und mit der Ausatmung bring die rechte Hand außen vom rechten Fuß zum Boden, stülp die linken Zehen um. Nächste Einatmung. Richte dich auf, komm in den Krieger 1 Variante. Arme heben. Ausatmung. Setz dich tief. Von hier aus verschränk die Hände hinter deinem unteren Rücken und erde deinen linken Fuß im 45 Grad Winkel. Zieh die Faust nach hinten, heb dein Herz und spüre die Weite in deiner kompletten Vorderseite. Bleibe entweder hier oder lehn dich mit deiner nächsten Ausatmung nach vorne und unten und zieh die Faust über deinen Kopf für den Humble Warrior. Egal wo du bist, komm mit der nächsten Einatmung in deinen klassischen Krieger 1, Arme heben. Ausatmung. Bring die Hände zum Boden und tritt zurück in den herabschauenden Hund. Sehr schön. Wir machen direkt weiter mit der anderen Seite. Atme ein, heb dein linkes Bein lang nach hinten und oben raus, Hüfte öffnen. Aus, mach mit links einen großen Schritt nach vorne, außen von der linken Hand. Erde dein rechtes Knie und deinen rechten Fußrücken. Dann heb den linken Arm senkrecht nach oben und dreh dich auf zur linken Seite für den gedrehten, tiefen Ausfallschritt. Entweder bleibe oder wenn du mehr willst, beug dein rechtes Bein und greife mit deiner linken Hand deinen rechten Fuß. Ein Atemzug in deiner Variante. Wenn du den Fuß hast, löse auf. Heb den Arm nochmal nach oben, atme ein hier. Und mit der Ausatmung bring die linke Hand außen vom linken Fuß zum Boden, stülp die rechten Zehen um. Nächste Einatmung, richte dich auf, komm in den Krieger 1 Variante, Arme heben. Ausatmung, setz dich tief. Verschränk die Hände noch einmal hinter deinem unteren Rücken, diesmal einen Finger weiter und erde deinen rechten Fuß im 45 Grad Winkel. Zieh die Faust nach hinten und heb dein Herz. Bleibe entweder hier oder lehn dich mit deiner nächsten Ausatmung nach vorne und unten und zieh die Faust nach vorne über deinen Kopf für den Humble Warrior. Ganz egal, wo du bist, komm mit der nächsten Einatmung zurück in den klassischen Krieger 1, Arme heben. Ausatmung, bring die Hände zum Boden, tritt zurück in den herabschauenden Hund. Bleibe hier für drei Atemzüge oder fließe mit mir gemeinsam durchs Vinyasa. Dafür roll mit der Einatmung nach vorne in die schiefe Ebene. Ausatmung, senk ab, halb oder ganz. Ein, Cobra oder Updog. Ausatmung, Downdog, herabschauender Hund. Ein tiefen Zwischenatemzug hier tief durch die Nase ein. Und lösen durch den Mund wieder aus. Mit der nächsten Einatmung, roll wie eine Welle nach vorne in die schiefe Ebene und mit der Ausatmung finde in Bauchlage. Leg die Arme lang nach hinten neben deinen Körper. Und für die Heuschrecke, Shalabhasana, hebe mit deiner nächsten Einatmung alles vom Boden, was du anheben kannst. Heb die Stirn, heb die Arme, heb die Beine. Und dann bring Aktivität rein, bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen. Lass den Nacken lang, entspann den Kiefer. Dann atme hier nochmal tief ein, gib maximal Spannung rein, komm noch ein Stückchen höher, halte. Und mit der Ausatmung, löse auf, leg alles ab. Den Kopf zu einer Seite und schaukel dein Gesäß von links nach rechts, um den unteren Rücken zu entlasten. Leg den Kopf zur anderen Seite. Spür dein Herz schlagen. Spür die Energie und Wärme, die du freigesetzt hast. Spür nach. Dann bring die Stirn zum Boden, stell die Hände auf, schieb dich einmal in die Haltung des Kindes und gönn dir hier einen ganz tiefen Atemzug in die Rückseite deines Körpers ein und aus. Dann roll nach oben auf und finde in den Fersensitz. Wir beenden die Praxis mit einer Runde vom dynamischen Kamel, welches dein Herz öffnet und dich empfänglich für alles Positive im Leben macht. Dafür stell die rechte Hand rechts hinter dir auf. Atme ein, kreis den linken Arm über vorne rüber nach rechts, schieb dein Becken nach vorn. Atme aus, senk dein Gesäß wieder ab, stell die linke Hand links hinter dir auf. Ein, kreis den rechten Arm über vorne nach links, schieb dein Becken nach vorn. Aus, Gesäß tief, rechte Hand aufstellen. Noch eine Runde, einatmen, heb dein Becken, kreis den linken Arm rüber nach rechts. Aus, linke Hand wieder aufstellen. Letztes Mal, einatmen, Becken heben, kreis den rechten Arm rüber nach links. Und aus, komm zurück in den Fersensitz. Nächste Einatmung, heb die Arme nochmal ganz kraftvoll über beide Seiten nach oben, nimm Energie auf. Aus, bring die Hände vors Herz, Energie zentrieren. Senk den Blick, verneig dich vor dir selbst und deiner Yoga-Praxis. Und zieh die Mundwinkel nach oben, schenk dir ein Lächeln und teile dein Strahlen mit jedem, dem du heute begegnest. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Tschüss. Ist nichtolare. Tschüss. 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 these ministers寄کt. Tschüss. Tschüsst. Tschüss形at. Tschüss. cử. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.